Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Ramsdorf. Es ist 1.34 Uhr und Marcel Skorpion war heute bei der Darts-WM, bei der Promi-Darts-WM und hat tatsächlich gewonnen. Ja, echt klasse, was der Junge gemacht hat. Es ist auch ein YouTuber und ich muss echt sagen, Respekt. Was geht Skorpion? Gruß geht raus an dich. Ja, danke auch nochmal an alle Liker, Subscriber, die hier bei RobinTV dabei sind. Ja, das war mein Funfact für heute Morgen. Ich bin raus. Bis bald. Euer Robin.